Jetzt hat ihr Vater das Geld und wir haben trotzdem die Brosche zurück. Win-win würde ich sagen. Wollen wir einen Weg nehmen? Ich nehme dich nach dem Trollen. Danke. Ich habe dir deine Brüche zurück. Ich werde nicht fragen. Wahrscheinlich besser nicht. Hey. Ja. 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 Ja zu sehen. Ja. 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 Ich bin Aldridge T. Abington, der größte Assembler von Entertainment! So, just startin' or not? Are you in a rush, Barton? To dabble in all three, if you have a settled diversion to manual labor as I do. For entertainment is a gift that will see you through the winter better than any packed larder or root cellar full of canned goods. Now, ladies and gentlemen, please welcome a truly stunning musical performance to the stage, Miss Robin Konenski! Oh yeah, I know! Thank you for joining us! Oh, she's meltin' my heart! Pumpin' over the sea, we're headin' down to St. Denis. If your wagon is broke, get to the blacksmith shop. Don't worry, you're southward, planin' to drive. The girls are wearin' a brand new gown, we're headin' to the St. Denis town. Coffee baggers, coal miners and mountain foe, loosen them stirrups and let off that yoke. The pretty young things say, come with me, in the parlors and brothels of St. Denis. The porter was drinkin' and the whistle just flew. The trains are headin' to the land of voodoo. You won't sleep a wink, I can guarantee. Let's go drinkin' down in St. Denis. Woo! 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 Goddamn! I love it! Woo! 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 Ich will mich wieder annähern können hier. Yes, I'd rather live in St. Denis. So draw your money, come see your honey in old St. Denis. Bravo! Woo! 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 Ich versuche Sie, sie kann jeden Beest, jeden Beest, von Cockroach, zu Killer Whale. Ihre Mutter wahrscheinlich sagte Ihnen nicht zu spielen mit Feuer, oder zu spenden Zeit in der Hand von strange Frauen. Sie sind zu tun, beide. Frau Antoinette Sancerino. Stop es. Amazing. Ja, gut! Oh, Mann! Musik Can you imagine doing that every day? I can't think of anything worse. Yeah! Fire lady! Keep dancing, darling! Ich weiß jetzt aber nicht, wenn wir jetzt das Theater verlassen, ob das so eine gute Idee ist, ob wir hier wirklich noch einen weiteren Annäherungsversuch starten müssen, dass sich Mary auf uns einlässt oder ob wir jetzt hier rausgehen sollten und ob wir uns dann nochmal annähern können. I don't know, ich weiß es nicht. Oder ob wir uns die ganze Vorstellung anschauen müssen, damit nochmal was passiert und dass Mary auch zufrieden ist mit unserer gemeinsamen Zeit hier. I don't know. Ich bin echt gerade komplett überfragt. Musik 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 Ich kann aber auch hier nichts machen sonst. Musik Musik Okay, wir gucken mal, was jetzt noch passiert. Aha. Ist jetzt vorbei. Und da kommt jetzt wieder er und dann kommt noch eine Vorstellung. Ich weiß auch nicht, wie lang das hier geht. Musik Haben wir jetzt hier gleich Kong Kong, oder was? Ja, natürlich. Ach, Kong. Na, das istworking Dwarf! Come on, Ryan, come on. Oh, come on, he's amusant. Oh, come on, come on, come on. Oh, come on, come on, come on. Oh, come on, come on, come on. Aber die bejubel ich mal lieber nicht, ansonsten bringt Arthur wieder irgendwas Unanständiges. Oh, come on, come on, come on, come on. Oh, come on, 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 come on. Aber ich glaube... Haben wir es jetzt verkackt damit, dass ich einmal versucht habe, mich anzulehnen? Wenn jetzt noch eine Nummer kommt, dann würde ich sagen, dann verlassen wir das Theater. Ich weiß auch nicht, aber ansonsten ist es auch relativ langweilig, für euch zuzuschauen. Ah, okay, das war's. Weil ich habe nämlich so ein bisschen die Angst... Das Mary böse gewesen wäre, wären wir vorher gegangen. So, thank you. What a lovely evening. Come back tomorrow. All right. Das war's. 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 Ich kann mir unheimlich gut vorstellen, wie schmerzhaft das ist. Ich kann es mir so gut vorstellen. Man möchte, aber man kann nicht. Oh Mann. Ich habe gerade echt die ein oder andere Träne in den Augen. mich da schon sehr rührt gerade, weil es einfach ein scheiß Gefühl ist, nicht zu der Person zu können, zu der man gerne gehen würde. Ja, ich verabschiede mich für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Das war jetzt Part 4, die ich einfach mal am Stück aufgenommen habe. Von daher macht's gut und wir hören uns, ich glaube, morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.